no 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 da ich sei eingebildet Oh, 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 oh. lol was das doppelt alle kriegen wieder eine scheiße bin ja nicht sicher ich weiß nicht noch mal so eine scheiße auf mich ich rüsse mal auf ja klar ja 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 ach der ist tot ok war jetzt der meinung der ist noch nicht so deswegen habe ich noch mal ein extra gegeben hat sagt dann auf dem kleinste gezuckt oder was das war kein ziel das war irgendwas von seinen hentai-viechern ja man kann wie be friends ach das sind leute getarnt ja leute granate tot selbst die grenze zahnt teilweise hallo das schwert ist voll halt dann habe ich die granate schon an die eier geklebt wo muss das nein schon wieder was du denn da für ein urwurm alter von dem video was der nils schickt hat die tage wo sich tatsächlich ein bekannter hand youtuber und ein paar andere seiner ab und an mal mitspieler und andere youtuber dann getroffen haben oder eine antwort aus high charity erhalten eine gut verschlüsselte nachricht des propheten der wahrheit hören sie sich das an deine hast hat die erfüllung unserer allianz gefährdet und unseren großen plänen geschadet dass die eine öffentliche zur schaustellung deines versagens erspart bleibt hast du nur den profiten der gnade und seinem weisen rat zu verdanken wahrheit gnade bedauern drei profiten hierarchie bedauern zu töten sollte der fügungsriege der allianz einen hieb versetzen aber es hört sich an als täten sie die wahrheit damit eher eingefallen die haben sich dann tatsächlich über den ingame chat miteinander zusammengetan das waren insgesamt fünf jäger dann und die haben die stadt jetzt wollte geteilt quasi das funktioniert ich habe gedacht das ist nicht möglich nein also dass das teile nicht nur die mussten dann entscheiden wer was kriegt aber ja man kann sich schon kennt das ist sehr schwierig ja wenn man sich nicht kennt ist es schwierig weil du weißt ja nicht ob du dem vertrauen kannst aber wenn du jetzt jemanden kennst wenn wir zum beispiel mal auf nils stoßen also ich glaube ich schalte da den ingame chat auf jeden fall mal ein nur für den fall wenn man kann ja eigentlich sagen das eine team kriegt die eine beute und das andere dem kriegt er die andere beute genau aber wie fett wäre das wenn du ein team aus fünf jägern hast oder so ich hab doch nichts ich hab doch nichts lass mich doch ich bin gestolpert tut mir leid was hast du geschlossen ist tot wo ist es denn was suchst du denn bist du da ich bin überall ok ich bin nicht tot da gehst du dann kriegst du erst mal voll auf die fresse ja eben wenn den sniper weg ist doch bescheid dann wasch mal da rein guck mal ich habe ein schwert und ich habe eine schrotflinte habe ich irgendwas mit sniper weg zu machen also ich habe auch keine sache nein überhaupt nicht mach mal leg mal los ich war schreien ich bin mit einer sniper gespawnt ich glaube die sniper behalte ich mal und dann ich schrotze obwohl ihr das schwert oder sniper und schwert du willst eine schrotze haben hier liegen schrotze mit der munition hier ist doch irgendwo ein schafi wo denn hast du für scharfschützen sachen ja da war gerade noch ein charlie der mir im rücken geschossen hat weil sich gedacht hat so müssen wir dahin lecker schmeckt hier gibt es wieder menschliche waffen ja will ich die ich glaube nicht wenn die so gar nicht schwert haben ja aber die haben das hier jetzt hast du mein schwert okay alles klar das ist davon weil es ja hier so ein auffüllbilder ist ich habe es nicht ich habe raketenwerfer und dingens ich bin so dicht an der bibliothek wie es ist eine art barriere wir versuchen herum zu kommen ich halte euch auf dem laufenden ich habe alter ekelhaft und wo was hallo wo war das ein banshee weiß ich nicht ja war ein banshee warte ich mach schon wo mehr mehr ich bin tot ja 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 das